Wir können uns selbst nicht ertragen, wissen nichts mit uns anzufangen, das ist der richtige Weg, wir fühlen nichts, ein Schritt ins Unbekannte, lassen alles hinter uns, auf der Suche nach dem reinen Gefühl. Das war's für heute. Das war's für heute. Soll das nicht. Ich bin ein Schiff von der Schiff von der Schiff von der Schiff und der Schiff von der Schiff Warum verurteilen wir so oft? Habe ich die Kraft zu teilen? Was hat uns zu dem gemacht, was wir sind? Was hat uns zu dem, 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 was wir sind? Was ist das Schöne? Was hat uns zu dem, was wir sind? 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 Was hat uns zu dem, was wir sind?